so da die die so bis alt um dann auch schon und und das nur das ja alles genau da machen wir das dunkel klauert auf geht's 321 lange genug gewartet jetzt suchen wir einfach ein paar hüte warum kann man das nicht bei die rates machen warum sucht er nicht einfach nach hüten nein er schattet gleich aber vielleicht suchte er vielleicht hüter aber schon was er tut ich weiß nicht das schaut nicht gut aus darum will ich das auch nicht benutzen das ist dann ist es gut oder was na gut wir halten wir mal warten wir müssen warten 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 können wir ein könnten die theoretische benutzen so da kann man ja auch noch ein besuchen stellen schon mal bis wir mal bis die unendlichkeiten und viel Wert erwarten müssen farm blind muss ach so okay drücken wir mal was sie mit der jetzt sind unterschied da so der schwarze garten wird vielleicht nicht mehr lange bei uns sein irgendetwas schließt die kluft die durch seine zerstörung entstand und nun strömen wechs in die kanäle wir müssen die webe aufhalten sie dürfen den garten nicht versiegeln und sein herz zurückholen und wie wir sie aufhalten werden und wir sind nicht alleine leute und es geht los zum ersten mal offen maß eine mission wieder ein stieg ich mag sie lieber wenn nichts los ist nein das ist nicht der anfang und so wollen wir das nicht machen raus komm raus zu moabit was zu gut tschüss tschüss ihr Arschlöcher wieso sind eigentlich beide gestorben es gibt kein szenen wenn sie beide 40 sind storten na dann schauen wir mal die es maats und und starten vor 1 2 ich habe jetzt mal kurz durch inzwischen Stabilität ist sowas von Scheiße da da will ich aber die Schütze aus für mich ist schon zu Schick im Miki war für und das und das da will ich schon ein bisschen mehr haben zu bieten die Waffe muss mich erobern theoretisch eingeht schauen wir mal ob das überhaupt das eigentlich mit dem Bogen ist mit Blitzen und es geht los der schwarze Garten wird vielleicht nicht mehr lange bei uns sein irgendetwas schließt die Kluft die durch seine Zerstörung entstand und nun strömen Vex in die Kanäle wir müssen die Webe aufhalten sie dürfen den Garten nicht versiegeln und sein Herz zurückholen und wir sind nicht alleine anscheinend haben wir diesmal ein Glück auf geht's Leute auf geht's und wie nein müssen da unten aha ok also beginnt die Mission hier ich mag es hier lieber wenn nichts los ist na dann schauen wir mal Leute schauen wir mal aha tja da ist ja gar nichts los so und du auch noch und wieso spielen die anderen nicht ok jetzt spielen sie erst so du brauchst keine Granate werfen Arschloch so Digger da kommt dann mal großer komm ha 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 mädels bums komm schon ja kopf weg kopf weg kopf weg ja na was will er jetzt machen kopf ist weg und er große so wir sind immer gleich mal herrennen wollen na immerhin haben wir jetzt mal einen Partner aber das ist leider nicht so Leute oh das Grund ist was schönes das Grund ist hey großer glaubst du jetzt mach's mir ernst hab Angst du das ich schieße dir auf deinen Kopf weg ok also für mich ab schützen ha 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 und bin wieder oben und jetzt sollte ich mal aufpassen Leute ha gar mal Ziel erfasst und geschossen stop stop und stop sowieso jetzt waren wir noch kurz warten stop ah scheiße mach mal so eins so ah 2 aber voll in die Nüsse oh ja voll in die Nüsse oh ja voll in die Nüsse da müssen wir bis kurz warten bis wir den Mai machen dürfen so ha ha oh der darf ein bisschen oh ok das war ein bisschen auch schon bevor das schießt und hintermisschen auch noch welche super toll oh 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 er dreht sich hm danke schön und auch ganz schnell ha 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 dann schauen wir mal ja dann macht sie einfach so allemal ja dann macht sie einfach mal ja Hach und die nächste Runde beginnt ja den Schaftschützen den hab ich schon gesehen den holen wir uns den Schaftschützen das wird so was gehört wie wenn welche kommen der ist ein bisschen größer kommt mir nur so vor oder weil ich jetzt so nah bin der wär meiner gewesen ja wir sind nicht noch mehr kommen oder was komm schon ja die Pistole ist einfach nur 1a 1a in a mit plus plus aber kein plus nur ein Sternchen plus aber kein Sternchen mh mh ich hab dich lieb du dürftest jetzt die erste Umarmung im Spiel haben die was ich erlaubt hab die was ich erlaubt hab jetzt wird gefickt gefickt und gefickt komm ja wechseln wir einmal kurz na dann braves Kind und oh den schnappen wir uns jetzt ha ich hoffe es kommt dann wieder keiner sonst müssen wir schnell irgendwo raus sind wir jetzt wieder nur zwei Kräuter oder was na halt ich mein zu zweit weil vorher noch ein dritter hier komischerweise aber egal auf geht's vielleicht wird ja dann noch ein dritter dazukommen aber egal schauen wir mal dass wir da reinkommen wir schaffen das Leute wir schaffen das ok der eine bleibt einfach stehen anscheinend oder? bleibt er stehen nein er geht sogar zurück er bleibt nicht stehen egal machen wir auch so naja das schaffen wir schon alleine auch bis jetzt haben wir es ja auch immer alleine geschafft halt manchmal hey da sind wir zwei große so ich glaub das ist dann noch die letzte Mission von dunkel und laut nehme ich jetzt mal an muss ich dann mal nachschauen so so wieder was cool ist und da holen wir uns jetzt den Mann den Waxern so da werden schon mal zu mir und ich warte bis der eine kommt der kommt jetzt eh zum Glück jetzt schon mal ha und yes hm was was haben wir denn da oben oder was sind wir denn da gelandet irgendwo in einer riesen Höhle aber doch irgendwie nicht wecker ah so die schnappen wir uns alle mal so obwohl wir ständig daneben schießen die schnappen wir uns trotzdem ok hey das ist ja nein geht nur zwei Stufen Höhe das schaffen wir beide schon ja schaffen wir die Mission ist eigentlich auf Level 20 ok ich bin schon wieder ein bisschen zu weit voraus so war noch mal ein ganzer großer im Gepäck so bumm die goldene Kano und wieder den geschossen ok ha hu dankeschön bro ha ha ich will nicht schon komm schon komm schon komm schon komm schon ja zum Glück hat man einen Partner immer bei sich ok nicht immer aber jetzt dabei rum ja muss mal aufpassen bei der linken Seite kommen dann auch noch welche ok der ist schon der ist konstruiert und da kommen die die große da kommen die ganz hyper hyper mega großer wann sind eigentlich von meinen Kollegen die Waffen stärker als wir von mir es sind zwei stufen höher gute frage gute frage so hey kannst du das halten dankeschön nigger kumpel wieso habe ich jetzt nie gewissert so wieso habe ich jetzt nie gewissert so mit dem nochmal fertig so jetzt haben wir es oh ja ha schaff verzweifeln mehr schlüf sich hier auf jetzt in im hatte geschützt jetzt noch nie wir wieder nach landen eine halbe stunde und dann geht es und das ist er schlafen das schafft sehr riesig aus ich glaube ich will wieder zum problem geile waffe manchmal manchmal ist die waffe so nice und manchmal ist ja so einmal wir haben trotzdem eben getroffen dass ich teleportieren werden trotzdem geile sache wir machen das schon wir machen es doch nicht so jetzt müssen wir uns mal kurz erholen bitch oh ja das ist vielleicht was reingesprungen mein gott jetzt brauche ich die andere waffe mal kurz nachladen und dann nehmen wir uns die nervensegelung vor oh ja ich meine ich will sie ein bisschen zu vertrumpter aber trotzdem dritten wir müssen jedes mal nachlachen ja war das jetzt so ein hyper mega sprung oder das was er gemacht hat ein paar nerven sind wieder weg gehen und wo kann es jetzt noch da sind was der hat sie einfach zu meinen einfach zu meinen das würde ich auch gehen können doch so müssen so auch noch ein oder in meinem auch der hat und glaube ich mehr man doch nicht müsste es doch auf jetzt bist du fällig dann können wir ja was so wir müssen ja dann lang geile Sache gerne sagt die die Welten schon ist so eigentlich wenn du so nimmst eigentlich kann man so eintönig nehmen eigentlich eintönig aber andererseits ist es immer so bemerkenswert wie die Welt ausschaut halt für mich jedenfalls welches richtig geil die bestaunen mich jedes mal obwohl es eigentlich im prinzip immer das gleiche neue ich hoffe der redner irgendein scheiß also sprach kann alles und den was ich gemacht habe der spiele kann alles da wo wir dann spielen das sind schon ein paar große wieder die sind groß die machen wir locker fertig machen wir fertig miteinander diesmal sind wir sogar sind wir zu durch das wird verzweifelt das ist eine gute frage ha 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 Ho ha Hoh noch sein deutlich das die Foundation Allan Catholic nur sehr weit laufen doch nicht das ist schon gleich da alle sache und wir haben sogar gleich beendet schaust du dann noch aus wir hätten bis gleich beendet wenn wir das wenigstens kaputt machen okay dann halt nicht aber wir haben wieder was grundsätzlich das holen wir uns doch haben eingesammelt das können weg so ist nicht nur die piste oder ok da kommen wir doch aus der wörter der ist 40 kohle sachen ich glaube ich sollten lieber weg und er hat nicht nur ein Schild wir schaffen das wir haben eh schon urviel bis zu wahren sind wir mit extrem viel schon abgezogen kommt es mir noch so vor oder bin ich eigentlich in der lockt und wir sind ja blind stört uns aber nicht Abilitätsunterstützung Nimm das, Alter Nimm das, Geist Da hätten wir wieder welche Die Person ist so nice manchmal Ja, jetzt haben wir es Oh, bitte Wir, na, keine Ahnung Was Huch Wollen wir jetzt die gröne Modition, würde ich sagen In your face, bitch, in your face Oh ja Und jetzt sollten wir wieder weggehen Sonst wären wir noch Gegrillt Mal denken, ungetüben Aber wir haben es geschafft, Leute Wir haben es gehört So, nehmen wir mal das Und mein Wurfmesser Es ist so nice Fast so wie meine Pistole Oh, jetzt sollten wir mal in die Deckung gehen Jetzt wird es langsam Zeit Oh Versucht jemand, mich zu töten Ja Bitch Oh, dann werden wir die klare Waffe Oder? Könnte, oh, könnte die klare Waffe sein Oh Oh Geil Wäre was exotisches Geile Sache, Leute Geile Sache Richtig nice Der schwarze Garten bleibt hier im Licht Doch die Vex werden um ihre Geburtsstätte kämpfen Wir müssen ihn hier behalten Bis wir seinen Ursprung verstehen Oh ja, wir haben es geschafft Die bocken sie überhaupt nicht Haha, egal wurscht Die haben es jetzt gerade überhaupt nicht gebockt Und ich habe sogar ein höheres Lichtlevel als der Typ, Alter Tja, irgendwas stimmt mit meinem Lichtlevel nicht Ich bin einfach immer höher als die anderen Oder manchmal kurz Davor, obwohl ich ein niedriges Level habe Dann, sagen wir mal ab Nope Ich sag nicht abgeräten, sondern Zum Turm Und dann abgeräten 3, 2, 1 Na dann schauen wir mal Oh Ein bisschen wieder stärker Geile Sache Warte, haben wir jetzt wenig oder mehr? Das ist War ab zu werden Geilen Helm wieder Geilen Helm Pust Könnte was Besseres auskommen Ah, fast Oh, das Da warten wir mal kurz Oh mein Gott Das Automatik-Wer nehmen wir uns jetzt Das fladern wir uns jetzt Das behalten wir so tief in unserem Herzen Hm Na weg Die mag ich Die taugend ist gut Gott, Hand, passt, passt, passt Green Müssen wir auf Green Höre, Reichwert mit Schlagart erhöhter Rückstoß Erhöhter Rückstoß ist Urscheiße Wenn Wenn es so ist Oh, wir sind eh angekommen Na gut, dann schauen wir dann halt später wieder nach Dann Gehen wir mal da Wir haben endlich was exotisches Okay, es ist ein Scharfschützengewehr Und das merkt man noch Aber Hauptsache Na, ist doch kein Okay Das hat die Form gehabt Dass man weiß, dass es halt einfach die Nebenwaffe ist Die sekundär So Weg Damit So Intelligenten Disziplin Da machen wir lieber Oh Machen wir lieber beides Machen wir lieber beides So So Das war ein Geil Und Details Sag mal her Sag mal den Geil Oh Der war so geil So Kulung machen Nein Wir dürfen nicht Wir dürfen nicht Leute Weg Ja Da muss ich mal Schlucken Das kann ja wohl nicht dein ernst sein Auf level 40 Scheiße Okay Pistole können wir ein Gehebe geben Die Taukt mir nicht nur so gut Wie die andere Shoot 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 Fusion Fusion Die kalte Fusion mag ich lieber So Dann Ja Schauen wir mal kurz wegen dem mission Und dann wieder ab zum orbit Dann schauen wir das mal vielleicht wieder so ein geilen strike oder so nehmen Dann Abgeschlossen Zum orbit Und Dann zum nächsten Zunächst mission Und dann wieder auf dem mars Wahrscheinlich Könnte sein Könnte sein Werden wir ja sehen Hm Na gut Leute dann Haut rein Und bis zum nächsten mal Ja Servus